Ich rase? Ja, aber ich auch nicht. Ich habe vier Unterhosen mit für sechs Tage. Wer von euch braucht nach Spielen länger in der Kabine? Aber ganz klar. Wie viel länger? Das erste Ding ist, wir haben ja eine Fahrgemeinschaft mit einem Tanne. Und ich würde sagen, Luca macht da am meisten Druck. Wenn wir um ein Viertel nachher in der Kabine sind, dann sagt er um halb Abfahrt. Aber um halb bin ich noch nicht geduscht, da bin ich noch nicht geduscht. Er ist noch gar nicht in der Dusche gewesen. Aber auch Frau und Kind zu Hause, das gibt immer Ärger. Wer hat länger gebraucht, seine Tasche zu packen? Ich schiebe dir euch gegenseitig zu. Ich habe nicht lange gebraucht. Ich habe vier Unterhosen mit für sechs Tage. Aber 15 Pflegeprodukte für die Haare. Wer lässt im Training seine Gegenspieler öfter alt aussehen? Haben beide gleich. Wer von euch besitzt die meisten Schuhe? Ja gut. Jetzt auch privat oder nur hier? Nur Fußballschuhe? Privat? Privat? Ja dann hier. Richtig. Wie viele Ron? 20? Jetzt? Ich trage die zwei Paare ein Jahr und dann gibt es neue. Wir haben wieder eine Musikfrage. Oh. Wird wieder gleich sein. Wen von euch trifft man eher auf einem Hassbefehl Deutschrapkonzert? Ja. Oh mein Gott. Keinen, soll ich sagen. Nee, aber... Das ist richtig? Ja, ne? Ein paar Rapsszenen. Ja, natürlich. Soll ich in einer Playlist drin? Nee, haben wir echt nicht. Das ist nix hoch. Ihr habt ne Faggemeinschaft, ne? Da, äh... Wenn so Deutschrap, so Oldschool, hier so K1 sowas, ne? Ja. Aber Hassbefehl nicht, ne? Wer würde eher an einer Fernsehtanzshow teilnehmen? Das haben sie nicht gleich. Ich kann nicht tanzen, Mann. Ich kann nur besoffen tanzen. Wer rast mehr beim Autofahren? Gibt's irgendwie Probleme in eurer Fahrgemeinschaft, die wir ja auch diskutieren sollen? Sonst sagen die immer, ich bin... Ich rase? Ja, aber ich auch nicht. Ich raste, ey. Ich bin doch der Langsame. Du bist immer zu spät, dann musst du rasen, ey. Tanne, also... Wenn Tanne jetzt hier wäre da hinten... Ja, hier so Tanne drauf gespielt, auf jeden Fall. Nein. Gott sei denn, ey. Hä? Aber ich fahr doch so langsam. Wer kann am ehesten auf Mittagessen verzichten? Das hat ja schon wieder gleich, ne? Ja, wir sind einfach gut. Aber eigentlich glaube ich das nicht, wenn ich sehr viel Panik Ronne hatte, das Abendessen zu verpassen. Ja, ich wollte nur pünktlich kommen. Aber heute Mittag hat er gesagt, ich brauche nicht viel. Das habe ich direkt gespeichert. Ja. Aufmerksam mitbewusst. Ja, ehrlich. Wer von euch ist öfter bei den RWE-Physios Alex und Max? Wieder falsch. Ey, das gibt's doch nicht. Kennt ihr euch doch nicht so gut? Ey. Du mit deinen Blasen? Also, weiß ich jetzt nicht, ja. Wer achtet mehr auf seine Frisur? Ja, egal. Das ist die Frage. Wer achtet mehr darauf, dass seine Haare liegen? Und beide gleich? Ja. Ja, ja. Deine auch, ne? Deine Welle. Die Welle, ne? Ja. Oh, das war... Das geht ganz klar. Ich sag, wir haben verloren. Ich mach auch. Weißt du, was das war? Das ist Autofahren. Ja. Ihr habt. Scheiße, wir haben am Ende abgebaut. Das ist nochmal eine Chance. Ja, ihr habt echt abgebaut. Das ist eine Messlatte, aber trotzdem. Ich glaub, ein... Autofahren war falsch, definitiv einweise hier. Autofahren hatten wir? Ich sag, wir haben neun. Zehn Punkte. Wir haben neun, ne? Ron und Herze haben gewonnen. Jawoll! Wir unterhalten uns auch einfach. Weißt du, wenn's so gegeben hätte, dass man so beide... Beide wirklich so, die Musik, so, ne? Ehrlich, wir hätten so viel gemacht. Aber das gibt es doch gar nicht. Hack oder Kack? Schwarz oder Rot? Ich hab euch mehr Glück als verstanden. Krang. Ja.